Das Schuljahr 2017-18 ist für die Jena-Planschule Markersbach ein Jubiläumsjahr. In dieser Woche wurde mit mehreren Veranstaltungen das 25-jährige Bestehen gefeiert. Einst als staatlicher Schulversuch mit 64 Kindern der Klassen 1 bis 4 begonnen, ist die Schule in Markersbach heute eine zweizügige Grund- und Oberschule, an der 354 Schüler nach dem Konzept des modernen Jena-Plans lernen. Für den Fremdsprachenunterricht war wichtig, dass die jungen Europäer aus dem Erzgebirge neben Englisch auch die Nachbarsprache Tschechisch lernen. Dafür gab es ab Herbst 1993 Schülerbegegnungen. Folgerichtig begannen die Feierlichkeiten mit einer deutsch-tschechischen Konferenz. Eröffnet wurde die von Schulleiterin Karin Drechsel. Danach wurden Arbeitsergebnisse aus dem Fremdsprachenunterricht präsentiert, aber auch Sketche gespielt. Neben dem Tschechischunterricht finden im Rahmen des Projektes Dialoge, gemeinsam lernen für Europa, Begegnungen statt. Auch darüber wurde bei der deutsch-tschechischen Konferenz im Kaiserhof Markersbach berichtet. Bis heute ist die Jena-Planschule übrigens die einzige Schule im Erzgebirgskreis, an der alle Schüler Tschechisch lernen. Der zweisprachigen Konferenz am Mittwoch schlossen sich am Donnerstag die Festveranstaltung 25 Jahre Jena-Planschule Markersbach und am Freitag der Ball der Ehemaligen an. Seit 2002 ist der gemeinnützige Verein Jena-Planschule im Erzgebirge Träger der Schule. Bis heute! Bis heute! Vielen Dank.